Es gibt nichts zu futtern, bis mein Millionster-Dollar wieder da ist. Äh, hör mal, ich muss kurz mit dir reden. Ist dir schon aufgefallen, dass Mr. Krabs inzwischen völlig wahnsinnig ist? Findest du wirklich? Sieh ihn dir an! Das musst du verstehen. Es war ein tragischer Verlust, hast du noch... Sieh's dir an! Du hast recht. Wie kommen wir hier weg?